Katastrophenalarm im Landkreis Zelle. Aufgrund der anhaltenden Regenmassen ist die Feuerwehr im Dauereinsatz. Die Dämme konnten die Wassermassen nicht mehr halten. Flüsse und Bäche traten über die Ufer. Viele Anwohner wie Silvia Fördmann-Hobum haben den Regen unterschätzt. In letzter Sekunde holte sie die Pferde von der Weide. Wir konnten hier nichts machen. Das drückt dermaßen von der Weide her. Da kann man mit Sandsäcken oder dem Vergleich nichts machen. Ich gucke halt ständig und bekomme auch von dem Mieter, der hier ist, Rückmeldung, ob das Wasser derart gestiegen ist, dass wir die Pferde noch auf einen anderen Notplatz zu einem Bekannten bringen müssten. Das müssten wir dann zur Not machen. Das wäre dann natürlich nochmal durch das tiefe Wasser, die zu treiben, wäre nochmal eine spannende Angelegenheit, was ich hoffe, dass wir drumherum kommen. Die Pegel stiegen so schnell an, dass nicht alles gerettet werden konnte. Zahlreiche Autos versanken in den Fluten. Da hätten wir nicht mit gerechnet, dass das so tief wird, dass die Autos tatsächlich so unter Wasser geraten, dass die auch volllaufen. Das ist wirklich schade. Viele Straßen mussten komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr war im Großeinsatz, um mit Sandwellen wenigstens die Wohnhäuser vor den Wassermassen zu schützen. Für Fürthmann Hobum und die anderen Betroffenen bleibt jetzt nur das Hoffen auf besseres Wetter.